Wir haben heute die Fahrzeugsegnung von unserem Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung und von unserer neuen Hochleistungspumpe. Die Hochleistungspumpe, das ist eine Pumpe, die 16.000 Liter in der Minute für die UCD, speziell für den Hochwassereinsatz in der Bildsteiner Straße angeschafft worden. Und mit der Pumpe bringen wir die Situation im Griff, wo wir das letzte Jahr wirklich massiv Probleme gehabt haben. Also auch nicht letztes Jahr haben wir da zwei Einsätze gehabt und da ist wirklich ein Werksgelände einer benachbarten Firma abgesoffen und mit der Pumpe sollte das nicht mehr passieren. Eigentlich ist es wichtig für unsere Infrastruktur, dass die Firma nicht stillstehen solltet? Ja natürlich, die Firma ist eine recht große Firma und hat da draußen die Fertigung, Entfertigung und Exportlager und wenn ihr natürlich absucht, dann habt ihr mehrere Tage nicht keine Möglichkeit zum Arbeiten und zum Nachhinein. Und wir schützen die Firma, weil das einfach um viel Geld geht. Ja natürlich, so eine Pumpe kostet schon Geld. Die Pumpe mit Hänger und Aufbau kostet um die etwa 150.000 Euro. Ja nein, war nicht schwer. Die Gemeinde ist auf uns zugekommen, dass wir die Pumpe auch schaffen, dass das eine Pumpe für die Feuerwehr wird. Und durch das, was eine Feuerwehrpumpe ist, wird das auch gefördert vom Land und Bund. Das ist natürlich ein wirtschaftlicher Vorteil für die Gemeinde. Aber wir haben die Pumpe nicht nur für die Bildsteinstraße angeschafft, sondern die ist wirklich mobil einsetzbar. Die können wir auf verschiedenen Einsatzstellen einsetzen. Also wenn einmal eine Tiefgarage vollläuft oder wirklich wieder starke Unwetter irgendwo sind, kann man die auch überörtlich einsetzen. Also die ist nicht nur an Wolfen gebunden, sondern ist flexibel einsetzbar für andere Infrastrukturen. Heute Vatertag? Vatertag, ja. Jetzt muss ich heute auch noch mit zu meinen Kindern gehen und meine Kinder anschauen. Die sind heute ein wenig kurz gekommen am Vatertag. Aber das ist schön. Dafür haben wir wirklich ein schönes Fest da mit der Segnung von den Autos. Mich freut es. Es sind sehr viele Feuerwehren da und auch sehr viele von der Wolferter Ortsbevölkerung. Und es ist wirklich ein tolles Fest heute. Danke. Ja also heute ist ein super schöner Tag bei uns in Wolfert. Wir haben endlich unser Feuerwehrlöschfahrzeug eweilen können. Nach ungefähr drei Jahren und sechs Versuchen. Wir als Gemeinde sind nur ein Teil der Finanzen. Da ist natürlich das Land von Radlberg mit einem großen Anteil mit dem Boot. Grundsätzlich gilt ja, dass die meisten Feuerwehrlöschfahrzeuge ein Einsatzgebiet für circa 30 Jahre haben. Aber aufgrund der immer größeren Anforderungen, auch im Bezirk müssen solche Dinge immer natürlich evaluiert werden. Aber da sind wir Gott sei Dank mit dem Feuerwehren in unseren Gemeinden immer direkt im laufenden Kontakt und können auch mittel- und langfristige finanzielle Planungen machen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank.